Es wird wieder sportlich, Glitchfußball, da haben wir draußen was Schönes aufgebaut und dafür müssen wir natürlich rausgehen. Kommt bitte mit! Mein Kopf nicht hängen hier. Können wir mal mein Brillen-Etui von hinten mitbringen? Ja, das Brillen-Etui von Herrn Thal, bitte. An die drei. Pietro, komm, Kopf frei. Mein Kopf ist frei. Ich hoffe nicht leer. Frei, okay, aber nicht leer. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie man sich da in so einer Situation verhalten soll, weil man kennt sich so lange, man hat keinen Bock, Sprüche abzuballern und so. Ich will, dass wir einfach einen geilen Abend haben. Aber ich habe auch schon bei den Fehlerquellen gesehen, was Gucken-Schnelligkeit angeht und merken, bist du ganz gut, oder Chris? Ja, ich glaube, das Training ist tatsächlich die Bühne, weil ich sehr, sehr viel interagiere. Und am Ende der Show habe ich mir zur Aufgabe gemacht, jeden, den ich angesprochen habe, zumindest fast alle, anzusprechen und zu sagen, danke, dass du, danke du und ich weiß, wo die alle sitzen. Das heißt, ich habe ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis, aber dafür ist tatsächlich mein Langzeitgedächtnis extrem beschissen. Das ist so mit Namen merken tatsächlich, also wenn du sagst, in der Bühne, wenn du dir, wie heißt du, oder Peter? Das ist super, aber einen Tag später wirklich nicht mehr. Würdest du Peter nicht mehr kennen? Ich würde Peter nicht mehr kennen, ich weiß nicht, wer Peter ist dann, ja. Okay. Aber Pietro mit Liedtexten oder sowas? Ja, Liedtexte geht schnell, aber es ist ja auch mein Fachgebiet, also ich sing da zwei Stunden Songs, ohne irgendwie Probleme zu haben. Aber, ja, so in Sachen merken, Memory, was weiß ich, ist, äh. Hast du das Gefühl beim Konzert, dass du dich konzentrieren musst auf den Text oder flow? Nein, gar nicht. Gar nicht, ne? Gar nicht. Das ist schon krass, ey. Ja, aber bei den ersten Konzerten auch nicht oder bei den ersten Auftritten. Bei den ersten ist es furchtbar. Ja. Ich meine, aber Pietro hat ja seine eigenen Songs, weißt du, die schreibt man mit Liebe und man singt die ein und so, da hat man ja eh schon ein ganz anderer Bezug. So dein Programm ist nicht mit Liebe geschrieben. Ja, ist total mit Liebe geschrieben, aber viel, aber manchmal sind die auch mit Liebe geschriebenen Gags überhaupt nicht gut fürs Publikum, weil die sagen, schön, dass du es lustig findest, ich aber nicht. Äh, Fußballspielen? Ich glaube, Pietro kann das, glaube ich, ganz gut. Äh, Fußballspielen? Ja. Ich glaube, bei einigen Charity-Spielen haben wir uns, glaube ich, auch schon mal getroffen. Nein, Fußballspielen geht schon, aber ich glaube, da tut sich nicht viel bei uns beiden. Und du? Ja, auch. Spielerisch auch? Oder warst du Torwart? Ich war, äh, ich war auch Torwart. Auch? Ja, halt auch Feldspieler. Aber heutzutage... Ist das das Fußball? Ja, okay, aber das... Ja. Das ist das Fußballfeld? Das ist Quatsch. So, komm mal hier raus. Ich... Ja, okay. Zu aller Gers begrüßen wir natürlich Annalena Weiß, unsere Schiedsrichterin da drüben. Hallo. Hallo, Annalena. Gut denn auch. Die übernimmt gleich das Kommando. Dreh dich ruhig. Regnet was? Es hat geregnet und wir haben leider nicht aufgewischt. Ah, ja, ja. Ja, dann werdet ihr mich heute ohne Käppi sehen gleich auf jeden Fall. Oh. Also, ihr spielt jetzt gleich eins gegen eins Fußball auf diesem Glitch-Spielfeld. Die Spiellänge ist zweimal zweieinhalb Minuten. Nach einem Tor wird zügig wieder angefiffen. Also, sobald Annalena wieder anpfeift, dürft ihr weiterspielen. Ihr dürft im Strafraum, weil das Tor relativ groß ist, mit der Hand abwehren. Mhm. Aber nicht festhalten. Also, schießen, so festhalten... Aber auch nicht dann aus der Hand schießen. Das auch nicht. Ja, ja. Einfach nur abprallen lassen oder halt auf dem Boden. Ja. Bei vereiteln einer klaren Torchance, also wegschubsen oder was weiß ich was machen, gibt es ein technisches Tor sofort. Nochmal bitte bei? Beim Verurteilen. Beim vereiteln einer klaren Torchance. Was weiß ich, du willst gerade schießen, dann schubst du ihn so weg. Achso, ja, okay. Keine rote Karte, sondern ein Tor. Gleich ein Tor. Richtig. Aber wer am Ende die meisten Tore hat... Gibt es zwei Halbzeiten praktisch? Ja. Oder alles in einem? Zweimal zweieinhalb. Zweimal zweieinhalb. Und wir dürfen laufen. Wir dürfen laufen. Wir müssen aber nicht. Wir dürfen ja schießen, von wo wir wollen. Ja. Ich frage für einen Freund. Okay. Ihr könnt schießen, von wo ihr wollt. Es gibt irgendwie keine Linie, wo es heißt, ab da dürft ihr nicht mehr schießen. Wenn er jetzt auf der Mittellinie schießt und ich bin jetzt auf der Mittellinie, da darf ich natürlich nicht Hand nehmen, weil nur ein Strafraum. Nein, nur ein Strafraum. Okay. Richtig. Bei unterschieden entscheidet das Golden Goal. Anstoß beider Spieler müssen ins eigene Tor, den eigenen Strafraum. Annalena rollt ein. Und dann lauft ihr auch direkt los. Sonst irgendwelche Fragen? Warum machen wir das? Ja, und glitschig ist es halt, weil da ein bisschen Wasser drin ist. Ja. Wir haben auch überlegt, noch ein bisschen Flüssigseife draufzupacken, aber… Haben wir das Etui da? Das Etui? Für, ja, die Brille für… Ich bräuchte nur das Etui, weil da hab ich so für so… Ich hab mir gedacht, wenn irgendwie viel Bewegung ist, hab ich so Dinge, dass die Brille nicht abfällt. Ja. Das war Schrag. Was? Das hab ich nicht, leider. Willst du aber mit Brille spielen? Ja, ich muss, sonst seh ich den mal nicht. Okay. Sonst gib die Brille tatsächlich einfach ab, die sind… Aber dann seh ich nix. Ich mach auch ohne. Also, du kannst arbeiten bei mir. Nee, dann gib lieber, ich mach die kaputt. Ich geb Andrea die, äh, Brille. Und ich… Ist das richtig? Das Etui haben wir nicht? Wir kümmern uns drum. Welche Seite ist eigentlich, oder ist egal. Äh… Ihr tauscht ja eh die Seiten, bleiben wir einfach so stehen. Ich seh nicht so gut ohne Brille. Ja, das heißt, da kommt's, da kommt's. Ah, mega. Vielen, vielen Dank. Geh schon mal auf die Seite, bitte. Ey, ich lass die mitte hier. Ach so. Ja, auch Andrea nimmt heute alles hier. Du kannst das nachher verkaufen bei Ebay. Die Pietro Lombardi Cap. Was meinst du? Du brauchst nie wieder arbeiten. Was? Entschuldigung. Wie macht das Sinn? So macht das Sinn. Ich kenn die Dinger nicht. Einfach so, dass die… Weißt du, dann ist die Brille nicht so… Hast du selber auch noch nicht benutzt, oder was? Ich hab solche Spiele nicht zu Hause gespielt. Ja, aber die Dinger hast du vielleicht schon mal auch nicht. Nee. Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Ich kenn das nicht. Ja. Ja? Bin ein Friesen-Junge. Ja, alles klar. Okay. Dann wird auf deine Seite. Hier. Wie gesagt, ich hab hier nichts mehr zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, Annalena weiß alle Antworten. Zumindest was das Fußballspielen angeht auf jeden Fall. Dann halt ich mich zurück. Annalena, bitte. Seid ihr beide bereit? Ja. Auf geht's also. Zack. Und damit wäre eigentlich schon die Chance da zum Tor. Und das ist das erste Tor. So. Also. Einfach weitermachen. Ich pfeife und dann bügt er wieder. Gleich weiter. Könnte auch sofort ein Schuss dann kommen. Aha. Gut. Einer spielt also mit Brille, der andere nicht. Deswegen sieht er vielleicht den Ball nicht so richtig. Und es ist natürlich glatt. Das sehen wir auch schon. Aber nicht so glatt, wie man vielleicht denkt. Man wird trotzdem nass. Elton hat's gesagt, die Schmierseife haben wir dann doch weggelassen. Aber glitschig ist es natürlich. So. Festgehalten. Weiterspielen? Naja, okay, ne? Also einfach nur mit der Hand berühren und fallen lassen. Das ist schon mal eine Verwarnung, Annalena. Richtig, ne? Bumm. Tor für Rot. Dann ist das auch schon drin. Drei Scheiß. Nur hier so. Also direkt wieder hinlegen und weiterspielen? Ja. Richtig. So, zack, der war drin. Schönes Tor gerade mit dem linken Fuß. Also, der Anschluss. Weiter. Anderthalb Minuten ungefähr. 1,23 Uhr genau. Wir zählen also runter. Mit der Zeit. Ja, Petro guckt, wo Platz ist. Da war kein Platz. Behält aber den Ball. Und vielleicht Kampf gegen den Schmerz und gleichzeitig gegen Pedro Nombardi. 2 zu 2. Wenn Pedro da eine gewisse Überlegenheit eigentlich haben sollte durch viele Spiele, dann versteckt das im Augenblick relativ gut. Chris macht das hier recht geschickt. Also geht es früh auf den Ball. Beide liegen da. Versucht also Pedro dort so ein bisschen zu stören. Aber es ist auch schwierig. Also schon durch diese Wellen, dadurch, dass sich alles bewegt. Und dann dazu noch das Wasser. So, Chris hat den Ball. 30 Sekunden sind es noch. Erste Halbzeit. 2 zu 2 steht es. Vielleicht noch ein Tor, so ein Wasserpizza. Ja, ist ein okay. Aber er macht sie natürlich rein. Das hat Chris anfangs gar nicht schlecht gemacht. Haut sie dort hin. Aber kommt da nicht schnell genug hoch. Pedro nutzt das aus. Wir müssen auf die Uhr gucken gleich. War in Ordnung. War auch noch nicht die Tor. Spiel ein bisschen nach. So, Bob. Ja, jetzt war es korrekt. Und. Ja. So. Es steht nicht mehr, wenn er noch reingeht. So, 3 zu 2. Jetzt steht mir noch ein Kostnet. Halbzeit. Entschuldigung, wollt ihr Wasser? Noch mehr. Die Zeit war vorbei, wenn du noch mal reingeschossen hättest. Ich wollte was trinken, ernsthaft. Seitenwechsel auf jeden Fall. Ich gebe einmal Seitenwechsel und ich werfe wieder ein. So, wir gucken uns das noch mal an. 3 zu 2, ne? Und dann dummerweise auf Pedro drauf. Und der lässt sich natürlich nicht zweimal einladen hier im zusammen Ding. Nochmal. Beste Aktion des Spiels. Jetzt muss er eigentlich ganz schnell wieder hoch. Um sich noch mal reinzuhauen. Sagt sich aber auch ganz leicht von hier aus. Aber ich würde mal sagen, auch das ist ein offenes Spiel. 3 zu 2 für Pedro. Da stehen wieder zweieinhalb Minuten. Bereit? Oh, guck mal an. Geht rüber. Alle hatten einen weiteren Ball. Achtung. Chris, 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 Chris. Achtung, Chris geht weiter. Es geht immer schnell weiter. Damit die Uhr also nicht angehalten werden muss. Jetzt hat er sich weit vorgelegt. Bumm, geht schon so rein. So, was macht Chris jetzt? Wie wird er sich den Anschlusstreffer vorbereiten hier? Die Zeit läuft natürlich gegen ihn. Pietro steht da, macht die Beine auseinander. Ball sichern. Schneller Gegentreffer möglich. Der liegt, der liegt, der liegt. Da ist er drin. Also damit schade. 5 zu 2. War gut gemacht von Chris, muss man sagen. Wirklich. Aber dann am Ende, da kam er von der Bande wieder. So, anderthalb Minuten jetzt noch. Der braucht mal ein schnelles Tor jetzt. Zack, gut abgewehrt, klasse gemacht. Ist ja schon verwarnt. Bob, jetzt kotzt die Hand also. Jetzt alles im legalen Bereich. 1,15. So, und jetzt kann er natürlich sich hier ein bisschen Zeit lassen. Die Uhr tickt, auch wenn es noch ein bisschen mehr als eine Minute ist. Das heißt, Chris ist gezwungen, was zu machen. Er kann ja auch draufgehen auf den Ball. Pietro. Genau. Und so kriegt er einen rein. Also, Pietro. So, er wird sich den Ball holen und hat jetzt natürlich Zeit. Er kann also Chris zwingen, dazu auf den Ball zu gehen. Das sind 48 Sekunden. Der Vorsprung, 4 Tore. Chris muss auf den Ball. Der braucht den Ball. Der muss was machen. Genau, er hat den Ball. Zack. Und jetzt vielleicht einen schnellen Treffer, abgewehrt, Körpertreffer. Nochmal eine Chance. Oh, stark. Haut sich da in alles rein. So, 30 Sekunden. Chris braucht schnelle Tore. Der muss einfach schießen. Und dann hoffen, dass er den Ball schnell wieder zieht. Boah. Aber diesen Blick von Pietro. So, und der Ball muss wieder zurück. Also, draufgehen, den Ball holen. Komm, Chris. 3. Du musst was machen. Das ist deine Zeit, die runterläuft, Chris. Bumm, drinnen. Brauchst du hoch? Ja, das Ding ist durch. Also, hier, die Zeit läuft runter. Da hat auch jemand ein kleines Problem mit der Pustik, die da aussieht. Wir sind durch. Und Pietro gewinnt 7 zu 3. Glitzfußball. Sehr wichtige Punkte. So, kommt raus. So, wirklich sehr, sehr wichtige Punkte jetzt für dieses Spiel. Und diesen Blick, weißt du, den du hier drauf hattest, den möchte ich jetzt in Zukunft auch noch weitersehen. Nicht aufgeben. Also, Pietro bekommt Punkte. Ganze 9 Stück. 33 zu 12. Führt immer noch Chris Teil.